Hi, ich bin Kevin, ich studiere in der zweiten Klasse am Bibelseminar Bonn Theologie und ich empfehle ein Studium am Bibelseminar, weil das, was ich hier lernen kann, mein Leben völlig neu sortiert, auf eine völlig neue Grundlage stellt und ich bin in meiner Beziehung zu Gott ziemlich gewachsen und egal, was ich später machen werde, ob es hauptamtlich Theologie sein wird oder irgendein anderer Beruf, wird das Studium hier am BSB immer eine bleibende Grundlage für mein Leben bleiben. Vielen Dank.